Hattet ihr was zu dem Zeitpunkt? Einmal ist keinmal, ne? Ob wir was miteinander hatten? Aber sicher. Ja. Das war so geil. Ich sag's dir. Wir waren nicht zusammen. Wir waren nicht zusammen. Also egal welche Einfahrt er benutzt hat. Hallo meine süßen Schnupfelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblings-Roaster mit Herz. Und ich heiße dich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar von meinem Sofa. Ich muss sagen, das gibt mir gerade so ein Flashback. Weil so lag ich immer vor zwei Jahren, als ich mit meinem gebrochenen Bein so vom Sofa aus aufgenommen hab. Ich erinnere mich noch. Hab ich schon lange nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt mach ich's wieder. Und zwar bin ich ja immer noch angeschlagen. Aber so mit Schmerztablette geht's ein bisschen. Es ist so ganz machbar, würde ich sagen. Und der Schlaf hat auch gut getan. Kennt ihr diesen verschwitzten Schlaf? Wenn ihr einfach krank seid und ihr merkt so, euer Body is working. Da passiert irgendwas. Da bekämpft gerade irgendwas. Und ihr seid so, ja. Ihr seid der größte Anwärter eures Körpers und sagt so, kill die ganzen Bakterien und Viren und alles andere, was sich da noch in eurem Körper rumtummelt, was bekämpft werden muss. Ja, heute hatte ich einen sehr, sehr intensiven Chat auf WhatsApp. Der ging so zwei Stunden. Eigentlich wollte ich heute den Bachelor machen. Und ich bin heute um 19 Uhr auf den Geburtstag eingeladen. Es ist gerade 16.36 Uhr. Ich muss auf jeden Fall das Video noch machen. Ich muss Gassi gehen. Ich muss da hinfahren. Das dauert eine halbe Stunde. Deswegen habe ich zurückgegriffen auf Eating with my Ex. Die letzte Folge. Das ist die Folge 8. Weil die dauert einfach nicht so lange. Und dann kann ich euch einfach noch mit einem Video beglücken. Mit dem fünften in dieser Woche. Mein Versprechen für euch ist ja fünf Videos pro Woche. So. Und, ja. Ich bin froh, dass ich eingeschaltet habe. Weil alle... Naja, nicht alle vier. Also drei Leute kenne ich. Eine Person nicht. Aber den Stars. Kennt ihr den Zauberer noch von der Bachelorette? Ich glaube Sharon war das, ne? Dann haben wir seine Ex-Freundin. Die kenne ich nicht. Ja. Und das andere Paar. Da kennt man beide. Da war der eine. Ich glaube der heißt Jonas. Jonas oder so. Der war auch bei der Bachelorette. Und seine Freundin. Wie hießen die nochmal? Habe ich jetzt vergessen. Die war auf jeden Fall bei Love Island. So. Also wir haben hier auf jeden Fall Star-Besetzung und kranke Gespräche. Ähm. Ja. Was Beziehung mit so beziehungsgestörten Menschen. Ich glaube unsere ganze Generation. Habe ich manchmal das Gefühl, das ist beziehungsgestört. Wobei. Nein. Das Buch, was ich lese. Warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Sagt, dass 50 Prozent der Leute ein gesunder. Ein sicherer. Ein sicherer. Ein sicherer Beziehungstyp. Äh. Bindungstyp sind. Ja. Wo ich mich so frage. Wo. Wo sind denn diese ganzen sicheren Bindungstypen alle? Das ist ja. Ich habe ja immer ganz oft das Gefühl, die Welt würde untergehen. Und. Ja. Es gibt ja auch das Buch Generation Beziehungsunfähig. So. Wo sind die dann alle? Die sicheren? Naja. Ihr könnt auf jeden Fall auf Discovery Plus. Plus. Könnt ihr Eating With My Eggs schauen. Es wird ja auch eine zweite Staffel geben. Und. Dann. Könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Wenn ihr wollt. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ne. Ich brauche ja auch neue Schnuffelhasen in der Armee. Ne. Ja. Wir sind ja immer froh, wenn neue Leute dazu kommen. Neue Schnuffelhäschen. Die dann fleißig auch kommentieren und so. Achso. Ja. Und passend zum Thema Ostern. Früher Ostern. Ne. Habt schöne Feiertage auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen. Piep, piep, piep. Hab euch lieb. Es geht los. Er liebt das Fotografieren. Er mag das Modeln. Ich genauso. Also beim Stars, ne. Weiß ich gar nicht, ob er das Fotografieren so sehr mag. Der wird doch eher abgelichtet, oder? Wir sind beide kamerageil auf jeden Fall. Ja, das triffst du doch schon eher, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er darin aufgeht, Leute zu fotografieren. Stehen gerne im Mittelpunkt. Ja. Das passt doch. Aber ich liebe das ja, wenn Leute dazu stehen, ne. Ich glaube, es ist auch out zu sagen, nee, es geht mir gar nicht um die Reichweite. Weil es geht jedem um die Reichweite, der sich, der seine Fresse vor die Kamera hält. Ich bin eigentlich Jungfrau. Also Sternzeichen. Aber im Bett war alles super. Er hat richtig an seinem Humor gearbeitet auch noch. Wow. Sexuell kann ich mich nicht beschweren. Da hat er wirklich einen Magic-Stick. Passt ja irgendwie auch so zu seinem Beruf als Zauberer, ne. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber wenn mich was richtig sauer macht und das hat er, da habe ich auch dann mal einen Teller an die Wand geschmissen. Hey, also ich meine, irgendwo muss man ja seiner Wut Ausdruck verleihen. Und ja, schade um die Teller, aber Scherben bringen ja auch Glück. Und mach einfach weiter so. Ich habe voll Angst, ne. Krass. Ich meine, du bist ja eine starke Frau. So, deswegen mach dich dann nicht verrückt. Und ja, sag mir einfach das, was dir auf dem Herzen liegt. Guck mal. Die Fame-Geilen, ne. Die boxen sich überall durch. Das ist doch einer der Anwärter von Yilis Couch bei Make Love Fake Love. Der ist ja der Bruder von der hier. Und die wollen, glaube ich, einfach nur in die TV. Ey, du siehst auch ein bisschen gut aus, ne. Wer kann, der kann. Ja, Spaß. War zwar ein Spaß, aber ist irgendwie auch ernst gemeint, ne. Weil ich bin ja Model und so, ne. Ich sehe ja wirklich gut aus. An Olle hat mir am meisten halt ihr Outfit gefallen. Ich fand das richtig sexy. Ja, also was hat mir am meisten an ihr gefallen? Also ich würde schon sagen, das Outfit. Genau. Was dahinter steckte in diesem Outfit war mir eigentlich egal. Ihre Fingernägel waren sehr schön, ihre Kette, ihre Uhr. Okay, wow. Also worauf steht das? Auf Gelnägel, auf ne Kette mit Dollarzeichen und auf ne Fake Rolex oder was? Jetzt haben wir hier das andere Paar, die Love Island. Das Love Island Girl und der andere Bachelorette Anwärter. Ich denke schon, dass da noch irgendwas ist, weil sonst würde er mich nicht einladen. Wäre ich egal. Für ihn wäre ich jetzt nicht hier. Naja, vielleicht lag es auch nur nahe, weil mit dir konnte er dann hier teilnehmen und aus seinen 320.000 Forderern auf Instagram vielleicht 350.000 machen. War ich für dich die Frau fürs Leben? Also warte mal ganz kurz. Da muss ich jetzt erstmal schlucken. Also ich habe dich von vorne bis hinten angelogen. Und ja, klar. Wow. Ja, klar. Ja. Am Anfang schon. Ne? Am Anfang, bevor ich deinen Namen kannte, schon. Aber dann habe ich ein bisschen genauer bei dir reingelunzt. Und dann war es auf einmal nicht mehr. Und warum? Warum eigentlich? Ich wüsste jetzt gar nicht, warum man mich als Traumfrau sehen könnte. Weil ich total nicht verliebt war. Es hat alles gepasst am Anfang. Wirklich am Anfang. Ich würde sagen, du hattest doch damals so richtig schöne Gelnägeln und so. Auch so ein billiges Saturnkleid, was ich mochte. Das passte. Aber dann habe ich weiter geguckt und genauer hingeguckt und dann halt nicht mehr. Dann geht man fremd, ja? Wow. Also sie ist halt gut so im eins und eins zusammenziehen und dann hier, wie nennt sich das, reagieren. Ich bin nicht fremdgegangen. Also ich habe eigentlich keinen Kontakt zu anderen Frauen gesucht. Also ich habe eigentlich keinen Kontakt zu anderen Frauen gesucht. Was genau so viel sagt, wie er hat genau das gemacht. Weil dieses eigentlich, ne? Das kannst du dir in deinen wunderschönen Allerwertesten stecken. In meinen Augen ist er definitiv fremdgegangen. Also das kann man auch nicht schönreden. Bleib bei deiner Wahrheit. Wenn du Dinge gelesen hast, die du gelesen hast, dann lass dir jetzt auch nichts erzählen von diesem Typen. Aufzulegen. Ich lüge nicht. Die Schwanzschade, diese scheiß Eifersucht immer. Diese scheiß Eifersucht ist schuld, ne? Nicht, dass ich gelogen habe, wenn Leute geschrieben haben und du das rausgefunden hast und du dadurch vielleicht unsicher wurdest, weil ich natürlich auch dafür verantwortlich bin, was ich dir für ein Gefühl gebe. Nein, deine Eifersucht ist schuld. Wenn er Kontakt zu anderen Frauen hatte, das war dann halt jedes Mal ein Schlag in die Fresse, ne? Wenn ich dann gehört habe, dass er die angeschrieben hat und hier ein Treffen wollte. Ah, er wollte also treffen, aber er behauptet doch nein. Was ist denn jetzt hier wahr? Für mich kam es so rüber, dass du zweigleisig gefahren bist. Ja, du lachst jetzt. Nein, bin ich nicht. Ich habe einige Sachen gehört, Jonah, ich habe einige Sachen gehört. Bin ich nicht. Nein, ist er nicht. Also, deren Problem ist, dass er sie irgendwo zeigen wollte. Er wollte weder mit ihr ins Kino, noch wollte er sich irgendwo anders draußen mit ihr zeigen. Er wollte das einfach nicht publik machen. Die waren nämlich schon ganze zwei Monate ein Paar. Und da hat sie halt den Braten gerochen und hat sich gedacht, ey, der betrübt mich bestimmt, weil das war in ihrer ehemaligen Beziehung in der davor auch so. Und das wusste er. Was hast du denn gehört zum Beispiel? Wir haben uns Valentinstag das letzte Mal gesehen. Genau. Ein paar Tage später, nachdem du bei mir warst, habe ich deine Ex bei dir zu Hause vor dem Spiegel gesehen. Was ist das? Okay, warte mal. Erstens war er da ja nicht mehr zusammen, ne? Aber zweitens, wie darf ich mir das vorstellen? Hast du dann so von draußen reingeluschert bei ihm in die Wohnung oder was? Ja, betrogen habe ich dich ja nicht. So, ich bin, ich habe mich nach dem Schluss war mit ihr getroffen, ja. Aber waren ja nicht zusammen. Ähm, ja, ich habe die... Ja, du kannst mir nicht sagen, dass ich die eine bin und dann machst du sowas. Also, übertreib mal deine Lage nicht. Wir hatten zwei Monate was miteinander. Was für die eine, Alter. Wenn dann ist meine Mutter die eine. Ich verstehe nicht, was da jetzt das große Problem ist. Also, ich war ja nicht mit dir zusammen zu dem Zeitpunkt, ne? Also, wir haben uns einen Tag vorher getrennt, ja. Was ist dein Problem, wenn ich dann als erstes direkt auf meine Ex zugehe? Ich kann ihren Punkt schon ein bisschen verstehen, weil, warum gehst du direkt nach der Trennung auf deine Ex zu? Ist da noch irgendwas, was ungeklärt ist oder irgendwelche unverarbeiteten Gefühle oder so? Also, hast du dich denn nach einem Typen so allgemein getroffen eigentlich? Ist das so, warte mal, hm? Fragt ihr jetzt nach den ganzen Blowys oder nach den ganzen Orgien oder, hm? Worauf läuft diese Frage hinaus? Wo das hin und her war, wo wir auch nicht mehr fest zusammen waren. Ja. Ja. Ah, ich hab ja noch einen kleinen Rest, ne? Wie fühlt sich das an? Ja? Ja. Wie du denn? Hm. Hm. Gleichzeitig? Oder meinst du so nacheinander? Hm. Ah. Hm. Warte kurz, ich überlege. Hm. 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 Ähm. Einmal. Hattet ihr was zu dem Zeitpunkt? Ja. Einmal ist keinmal, ne? Ob wir was miteinander hatten? Aber sicher. Ja. Uh. Es war so geil. Ich sag's dir. Wir waren nicht zusammen. Wir waren nicht zusammen. Also, egal welche Einfahrt er benutzt hat, er war, es war ihm gestattet. Verstehst du? Ich brauchte kein Schätzgewissen. Egal ob von hinten oder von vorne oder von überall. Ja Jenny, was soll ich dazu sagen? Stößchen, ne? Stößchen, ne? Was soll ich sagen? Also, du heulst rum, weil ich mich mit meiner Ex treffe, nachdem wir Schluss gemacht haben und du gibst dir da, was weiß ich, einen Friesome oder was. Hab ich nicht. Ne. Hat er nicht, ne? Aber sie hat ja die ganzen Nachrichten gelesen. Und sie ist so, ey, da fallen mir die Gelnägel ab, ne? Vor lauter Stress. Also, das kann ich jetzt überhaupt nicht glauben, dass er jetzt immer noch glaubt. Oder hier mir weismachen will, dass er nicht geflirtet hat, der kleine Pisser. Wenn 20 Frauen mir sagen, ja, der Stars hat meiner Freundin geschrieben, so und so, der will sich mit ihr treffen. Bla, bla, bla. Bla, 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 sag ich dir, wie es ist, ne? Auch wenn es da Screenshots gibt, bla, 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 die sind alle dumm. Okay? Ich zauber die alle weg. Ja, aber ich hab's auch gelesen. Ja, ja, zeig mal Beweise. Ich kann auch vieles erzählen. Ich war früher Astronaut. Und? Das meinte wirklich ernst, ja? Also, ja. Ja, er ist halt einfach eine unehrliche Haut. Eine schöne vielleicht, aber eine unehrliche. Klos finde ich, ne? Das ist wirklich krass. Das ist krass, ähm. Was ist krass? Dass man so seine Lügen selbst glaubt, so. Du bringst das richtig so krass rüber. Warum lügen? Weil ich's gelesen hab. Ja, also man muss sich das nur sehr, sehr oft genug selber sagen, ne? Das war so, das war so. Und dann fängt man an, das selber zu glauben. Ich glaub, das ist auch für ihn ne Überlebensstrategie, um einfach weiterhin auf dieser Erde bleiben zu dürfen und modeln zu können. Weil sonst würde er mit seiner Falschheit nicht auskommen. Ja. Ich bin wirklich schockiert. Ich kenn dich. Ich bin so schock. Ne. Es ist wirklich wahr, Süßer. Solche Menschen gibt es. Da ist ganz viel schief gelaufen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich absolut null eifersüchtig bin, dass ich sehr tolerant bin, dass ich offen bin, dass mich viele Sachen gar nicht interessieren, dass ich vertrauen kann. Ja, das glaub ich ihr auch. Also in dem aktuellen Buch steht auch, dass du mit jeder Person nochmal anders sein kannst. Also ist doch klar, dass wenn du Nachrichten siehst von deinen Freundinnen, die deinen Typ geschrieben haben sollen und er verneint ist und du ertappst ihn bei einer Lüge, dass du dann misstrauisch wirst. Ganz, ganz logische Schlussfolgerungen. Du bist so eine Lammertasche. Ich? Ja. Ja, Stars. Da ist mal eine Frau, die sich jetzt nicht allen nullen lässt und die dir einfach mal so einen Spiegel vorhält. Also ich glaub, da kannst du noch so schön sein. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Gibt's noch irgendeine Dame, die ich angeblich beglückt hab? Er hat er ja nicht, ne? Er hat ja niemanden beglückt. Also so bei der Ex hat das ja zugegeben. Oder nicht? Aber er meinte halt so, ich hab dich ja nicht betrunken, weil es ist zwei Tage nach der Trennung gewesen. Aber jetzt gibt's wirklich niemanden mehr, ne? Weil er will ja auch sagen, das sind alles nur Gerüchte. Ich hab seitdem nix gemacht und er findet das ja auch so verwerflich, dass sie sich da den Spaß gegönnt hat. Und wenn du mir sagst, dass du sonst keine getroffen hast? Hast du nicht? Natürlich nicht. Also ich mein, welche Berechtigung hätte er sauer auf dich zu sein oder das uncool zu finden, dass du was mit jemandem hattest nach eurer Trennung, wenn er das selber gemacht hätte? Nö. Also ich hab, na klar hab ich bestimmt mal Sex gehabt, nachdem wir irgendwie zusammen waren. Ach so. Ja, hab ich bestimmt mal mit einer Frau geschlafen danach. Vielleicht auch mit zwei Frauen, kann auch sein. Okay, dann versteh ich hier überhaupt nichts mehr. Welchen Sinn macht überhaupt dieses Gespräch und alles, wenn er dasselbe gemacht hat? Nö. 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 hat das Scheinwerferlicht deine Hirnzellen verbrannt. Da würdest du ja auch ausrasten, wenn du emotional an diesen Menschen gebunden bist. Das ist halt einfach so. Da geht mit dir die Emotion durch, weil es dich in dem Moment einfach verletzt. Sie muss ihm jetzt gerade nochmal das ganze Leben erklären, wie das alles funktioniert mit dem Gehen, mit dem Atmen, mit dem Ehrlichsein und so weiter. Hauptsache meine Filmfrisur sitzt hier gerade und ich habe nochmal eine Werbeplattform von Me, Myself and I und so und Dreiwettertaft kann mich gerne mal buchen, weil guck mal wie die sitzt, ey. Ja, okay. Ich denke, wir haben zu schnell aufgegeben. Ich denke auch. Demo verstehe ich jetzt gar nicht. Also das ist so deren Resümee, ne? Willst du wirklich irgendwann mal Psychologin werden und willst du, dass sich wirklich mal jemand bucht? Wenn ja, dann solltest du in so einer Situation ganz anders reagieren. Ich danke dir, dass du gekommen bist, echt, war echt cool eigentlich. Ja. Also es war echt ganz cool eigentlich, dass du gekommen bist, aber wirklich nur eigentlich, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Eigentlich auch nicht. So, wie gesagt, lass einfach alles sacken und dann sehen wir uns heute Abend, denke ich. Heute Abend? Ja. Hä? Ja, heute Abend. Ja, Mensch, guck mal. Liebes Comeback einfach so, nach so einem klärenden Gespräch, in dem man richtig gemerkt hat, der andere hat sich weiterentwickelt. Nicht sagt Frau dann, okay, wir sehen uns heute Abend. Warst du immer ehrlich zu mir? Nein. Gut zu wissen. Nicht immer. Warum? Weil jeder schon mal gelogen hat. Ne? Jeder lügt doch mal seinen Partner an. Das ist einfach so. Da brauchst du jetzt gar nicht irgendwie ein Wunder zu erwarten. Und weil jeder das macht, mache ich das auch. Weil ich auch so ein Mainstream-Opfer bin. Jeder lügt. Ja, zum Beispiel so Sachen wie, wenn mir jetzt jemand was Normales geschrieben hat und ich geantwortet habe und du mich dann gefragt hast, da habe ich ja meistens gesagt, nein, mir schreibt niemand. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Wenn man nicht ehrlich ist, entsteht Eifersucht. Hm. Weil er das wahrscheinlich so in seiner Kindheit gelernt hat oder irgendwo. Keine Ahnung. Oder weil er, wie gesagt, vom Laufsteg gefallen ist. Wenn du fragst, ob mir jemand geschrieben hat und mir hat jemand geschrieben und ich habe eigentlich nichts zu verheimlichen, dann lüge ich dich natürlich an. Weil jeder macht das so. Ich habe ihr geantwortet. Okay. Die hat mir jetzt beispielsweise geschrieben, hey, dein Bild ist geil. Das juckt keine Sau. Wenn dir irgendein Opfer schreibt. Also wenn dir irgendein Opfer schreibt, dann ist das nicht schlimm. Aber dann wünsche ich mir, dass wir eine Basis haben, in der du mir das sagen kannst, wenn ich dich da nachfrage. Ich habe gelogen, weil ich dann weiß, wie es dann abgeht. Und das will keiner sehen. Ja, was sagst du, du bist mittlerweile erwachsen, pack deine Eier in die Hand und stehe deinen erwachsenen Mann und dann gehst du da durch. Oder bist du so eine Konfliktscheinmaus, die dann sagt, ja nö, also bevor die irgendwie sauer wird oder so, dann lüge ich sie halt an. Ja, genau. Das ist auch Beziehung für mich. Ich verstehe dich. Doch. Nein, weil du denkst, ich bin ohne Grund eifersüchtig gewesen. Ja, er hat sich immer noch nicht verstanden. Aber er dachte so, das gehört sich so, dass man das jetzt so sagt. Falls ich irgendeine Scheiße gemacht habe oder irgendwas da geschrieben, was dir nicht so abgegangen ist, es tut mir leid, okay? Das war falsch. Die Entschuldigung müsste man eigentlich ablehnen, weil er sagt, falls ich etwas Falsches gemacht habe, ja, hast du. Stell das nicht so dahin, als wenn es die Möglichkeit gäbe, dass du nichts falsch gemacht hast. Hast du? Also ja, falls ich irgendwas Falsches gemacht habe, tut es mir leid. Also ich fühle mich halt ein bisschen leichter, weil ich mich bei ihr auch entschuldigt habe wegen dem ganzen Scheiß, was ich früher so gebaut habe. Also hat er jetzt doch Scheiße gebaut oder was? Also kommt er hier rein so mit der Idee, er verklickert uns, er hätte nichts falsch gemacht und jetzt auf einmal sagt er ja, ach Mensch, jetzt fühle ich mich doch leichter, weil ey, wisst ihr was? Euch habe ich auch eingelogen. Ich habe nämlich voll viel Scheiße gebaut. Okay, Leute. Ich habe mich gefreut, jetzt das hier zu kommentieren und ich wünsche euch ein ein schönes Osterwochenende. Und dann bin ich auf das genau. wie ich auch wenn mir das hierher verletzte, Und dann war das so viel aber ich habe das hierher, Und dann bin ich mir gerade ется,